Hallihallo Löhle. Zurück zu ESO. Ich war da auf dem Weg zum kleinen Gewölbe. Da habe ich hier gesehen, da greift einer den Feldbuss hier an. Mach mal dich mit. Helf mal mit. Ja, wie seht, der macht gut Schaden. Ja, jetzt glaube ich 1,8 Millionen haben wir ja immer. 1,3, 1,8, irgendwie sowas. Wolltet ihr euch von ihm nicht taunen lassen? Er hat wieder die Agro. Ich muss mal ein Bärchen weg. Ach ne, kann sein, wenn ich von irgendwo untergesprungen bin, dass er den Weg verloren hat, dann ist er natürlich weg. Aber jetzt ist er wieder da. Der kommt 50.000 nur noch. Er fand schon ein bisschen höher zu sein. Nee, glaube ich auch nicht. Er ist ein Drachenritzer, wie ich gesehen habe. Komm, steh auf. Wenn er jetzt auch sterben sollte. Und er auch, weil keiner mehr da ist. Dann treibt er seine vollen AP und geht wieder zurück. Dann müssen wir da von vorne beginnen. Müssten wir aber schaffen. So lange. 430.000 noch. Ich würde so einen Boss nie alleine machen. Würde ich nicht machen. Kann man schaffen, klar. Auch mit meinem, äh, damals großen Hüter. Habe ich so, äh, alleine die Bosse gemacht. Wo nur einer ist. Es gibt auch Bosse. Da sind auf einmal zwei, drei oder die spawnen welche dabei. Und auf einmal vier, fünf Gegner. Aber einer alleine. Habe ich damals geschafft. Das fand ich das Problem. Aber schon ein bisschen mühselig alleine. So, verloben. Wir schlafen. Winterschlaf halten. Komm. Schon aus Werwolf. Ja. Hat sich ja gelohnt. Das lohnt sich auf alle Fälle immer. Man prümmert auch jeweils von jedem Boss eine Errungenschaft. Guckt man auch. Wenn man alle eines Gebietes bekommen hat, dann kriegt man noch einen Erfolg. Weil man ungefähr auf Erfolge aus ist. In diesem Fall, wenn man alle von Dolchsturzpakt machen würde, hat man eine kleine Trophäe, meine ich. Glaube ich. Hier wird man rein. In Doom. Und wir werden es nicht vergessen. Ach, Ladezeiten. Will es wohl bei der PS5 nicht mehr so lange sein. Weil da ja eine SSD drin ist. Damit geht es ungefähr 17 Mal so schnell wie jetzt. Also wenigstens eine Sekunde ist schon fertig. Das ist schön. Da freue ich mich schon jetzt drauf. Ich gehe immer rechts rum. Ist meistens nicht verkehrt. Immer rechts. Habe ich mir so angewöhnt. Das ist kein Tritt hier Grund. Das wird gewöhnt, weil es ist besser, wenn man rechts herumläuft. In keiner Weise würde ich jetzt hier auch links herumlaufen. Das ist also egal. Das ist ein Skelett. Ein Skelettkrieger. Hey, Alter. Hey, Alter. Was geht? Ach, noch mehr für eine Sorte. Ja, ich muss mich mal angewöhnen, Waffenwechsel zu machen. Und dann macht man wirklich die hohen Schadenszahlen. Von nicht gelasert bis so 50 km. Kann man machen. Und wahrscheinlich noch höher. Ah, Himmelschirbe. Ja, genau. Hier wollte ich ja rein. Hey. Eine Himmelschirbe. Raube. Nein, Himmelschirbe. Zweifelrecher. Klicke noch einen, habe ich schon mal einen Fertigkeitspunkt. Ach, was schön. Ist das nicht ehrlich? Stahlkeule des Frosts. Was sind zwei Hände? Oh, das war nicht. Ach, nee, ich habe ja Achsendolch. Ich habe ja schon. Ich muss eine Einhandachs mit einem Dolch nehmen. Für Waffenwechsel. Hm, okay. Habe ich mal sagen lassen, dass wir dann auch so richtig sein. Eichenbogen. Ne, der wird nicht, wird nicht besser sein. Der will menschlein blauen Bogen. Na, mach das nicht nur einmal, du. So. Jetzt müsste gleich auch der Boss kommen. Irgendwann. Ja, ja, schwärmt es mal. Dann habe ich wahrscheinlich... Ne, da oben, glaube ich nicht. Aber da... Ne, hier wird er wohl sein, der Boss. Aber mal gucken. Ist ja meistens immer eine Himmelsscherbe und ein Boss drin. Mit diesen Wölben. Himmelsscherbe nicht immer. Aber so gut wie immer. Manchmal sind sie auch sehr gut versteckt. Hinter dem Felsen oder hinter einem Gebäude oder so. Oder einmal sogar in einer Zelle. Links um die Ecke. Wenn man reinguckt. Dann habe ich, glaube ich, erst einmal gehabt. Manchmal ist sie aber auch so offen wie hier, die Himmelsscherbe. Das ist also mal so, mal so. Aber wie gesagt, sagt ungefähr von 50 Gewölben sind 49 Mal Himmelsscherbe drin. Stufenaufstieg. Dann los. Äh, ein Schadensschild. Dann gibt es Waffenkraft. Nehmen wir Waffenkraft. Jaaa. So, können wir doch bestimmt... Ach, ich bin ja hier falsch. Fertigkeiten. Mann, muss ich schon sagen. Äh, b-b-b-b-b-b-b-b-b-b. Wo ist mein Bögen? Ich dachte, mein Bogen. Äh, ach. Brauchen wir nicht. Verzaubern. Waffenkraft. Yeah. Hm? Okay. Vom ausgerüsteten Gift unterdrückt. Also, du fährst fast weg. Gift. Zuck. Zuck. Weichenheimschuppschuppschupps. da hinten müsst ihr das unterstehen ich geh mal hin wächter schänder krieger ist woanders ja hier könnte ich wieder bücherregale untersuchen lesen meisten gewillen war aber meistens umgehen weil davon so viele gibt es ich kann die fettigkeiten auch so erlernen beziehungsweise steigern tschüss rechts ist das gewillt ist wieder ein bisschen größer trotz bisschen länger muss man hier durch ist viele gegner sehr viele gegner tschüss na 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 wo kommst du denn her asche zu asche staub zu staub noch einer hinten könnte der boss sein man sollte ohnehin immer alle räume kontrollieren jedem gewölbe immer da ist er manchmal verstecken sie in so kleinen räumen noch was eine himmelsscherbe das ist mein boss könnte aber auch ein zettel oder ein brief sein oder ein gegenstand für eine quest kann auch sein so und die lond komm mal her kaputt und schüss nachher auf dem mit blutdornscherbe brauche ich nicht wirklich abgeschlossen hat man immer wenn man den boss gekillt hat dann hat man immer automatisch abgeschlossen so ich würde sagen ja guck ich gehe noch raus welche Zeit haben wir noch 20 hat hier gefällt das ist schon nicht schlecht das läuft das fehlen mir noch ein paar paar skills die fehlen mir einfach die ich mit meinem großen aber schon hab die vermisse ich die vermisse ich zwei über kriegergilde auch was schön so geradeaus durch ja genau du komm mal von links du komm mal von links hier du kommst kolie da du kommst Das ist gerade sehr gesprächig. Das Skelett. Rang 5 bei 2 Waffen. Oh, was schön. Natürlich levelt man das nur. Weil man es auch benutzt. Äh, Moment. Helm. Ja genau, schwer. Alles schwächer. Habe ich schon. Gut. Schulternleicht. Ja, genau. Jetzt habe ich es schon. Wie weit noch? Ah, ich gehe noch eben raus und dann mache ich Schluss. Defolge, Defolge. Überziehe ich ein bisschen, aber mein Gott. Ist nicht so schlimm. Nein. 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 Da ist noch einer. Nein, danach mache ich sowas. Fäng vier. Ja, sehr schön. Das ist richtig, ne? Ja. Ne, da halten. Ne, zwei raus. Komm mit. Kommt doch einer hin. Ne, doch. Okay, das war's. Dann werde ich mich schon mal zum nächsten Gebiet wagen. Im nächsten Bereich. Gebiet ja noch nicht. Ist ja noch lange nicht fertig. Mal eben gucken, wo wir als nächstes hingehen. Mindestens die Hälfte haben wir ja schon fertig. Mal gucken. Ja, klar, ist mir noch da oben ein Stückchen. Äh, werde ich wohl... Was war das? Wie billig. Da sehen wir uns in den nächsten Folgen wieder, wenn ich da bin. Bis dahin, schön mit Ö.